so hallo leute und herzlichst willkommen zu let's play black evolution.de ja der server ist endlich gewechselt leider nach ovh was leider hypings mit sich zieht meine neue leitung ist übrigens immer noch nicht da und ja naja ich möchte was in videos bringen ich hab mich darum schonmal gekümmert da ich in einer fraktion bin deswegen kamen auch keine videos weil ich nicht einfach nur durch sein andreas fahren wollte und irgendeine scheiße machen wollte da ich auch mal was bieten kann danke an gita dominguez übrigens für den invite was relativ schnell ging so wir gehen mal duty slash duty so wenn ich duty bin darf ich auch mit den vielleicht members hinten steht auch mein motorrad aber wir fahren hier einfach mal mit so einer karre oder ja da kommt mit so einer perfektslechtmotor flächeln flächeln vor vermust so und also also und was im . Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht im Rahmen von Ufl AG. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, ich soll ja hier warten, laut Dieter, setz mich trotzdem so lange mal in meine Karte und lock die. Ich kann ja hier meine Streife bauen. Ich kann ja hier arbeiten. Oh, da liegt noch neuf, um. Perfekt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020